Willkommen im Higher Health Podcast, präsentiert von Mr. Broccoli. Bei uns bist du richtig, wenn du deinen Traumkörper erreichen und ein erfülltes, langes Leben führen möchtest. Wir klären dich über physische wie auch psychische Gesundheit, alternative Higher Methoden, alles rund um Longevity, Ernährung sowie den neuesten Stand der Gesundheitsforschung auf. Erzähle uns auch deine Geschichten und stelle Fragen, die wir in kommenden Episoden beantworten könnten. Jetzt haben wir ja nun einige Symptome schon kennengelernt und auch herausgefunden, wie können wir einen Säureüberschuss erkennen, liebe Barbara, vielen Dank dafür. Das ist ja jetzt aber nur der Beginn. Ich glaube, da sind ja am Ende der Kette ganz viele auch schwere Krankheiten die Folge, wenn ich da lange Zeit nicht drauf achte. Hast du uns da ein paar mitgebracht? Ja, also wie gesagt, es geht ja erstmal los mit so relativ harmlosen Dingen wie chronische Müdigkeit, Hautunreinheiten, schlechte Laune und Schlafprobleme zum Beispiel. Die meisten Menschen sind ja übersäuert, also es gibt nur noch gestillte Seuchlinge und Naturvölker, von denen es auch immer noch viel, viel weniger gibt, weil die Zivilisation überall sozusagen Einzug hält. Okinawa zum Beispiel. Ja, und da gibt es also im Prinzip nur gestillte Seuchlinge und Naturvölker, die im Säurebasengleichgewicht sind. Vielleicht noch stressfreie Rohkoste. Also ich kenne aber auch da keinen. Ich habe mal ein Rohkosttreffen gemacht, als ich mal eine Rohkostphase hatte und da hatten wir so ein Mango-Festessen und da waren von acht Frauen auch, haben wir den Test gemacht, Oberabend waren sechs, waren übersäuert. Entzündungen sind Säurekrankheiten, Nierensteine können sich bilden, dann zu einer Niereninsuffizienz führen. 50 Prozent der Menschen über 60 haben bereits eine Niereninsuffizienz. Das heißt, funktioniert die Niere nicht mehr optimal, weil sie überlastet ist, zu viele Säuren ausschalten muss. Der Blutdruck kann in die Höhe gehen, was eine mögliche Möglichkeit kann, also Herzinfarkt dadurch entstehen. Muskel- und Gelenkschmerzen, weil die Säuren die Nervenenden reizen. Es kann zu Insulinresistenz führen, das heißt, sich ein Diabetes Typ 2 entwickeln. Muskelabbau ist nicht so witzig im Alter, dann landen wir über kurz oder lang im Altersheim. Herzrhythmusstörungen und Durchblütungsstörungen des Herzens, das heißt, das kann dann zu Herzinfarkt und Schlaganfall führen. Gicht ist eine typische Säurekrankheit, Rheuma, Arthrose und Arthritis, ja, da sind die ganzen großen Sachen. Zellulitis habe ich schon erwähnt, ist vielleicht nicht so schlimm, außer dass es doof aussieht. Kopfschmerzen, das kann richtig schlimm werden. Dann eben Krebs, was ich schon sagte, Professor Warburg. Die Knochen werden entkalkt, weil der Körper verzweifelt versucht, den pH-Wert vom Blut aufrechtzuerhalten und ihm fällt dann nur ein Calcium aus den Knochen auszuschwemmen, damit der pH-Wert, er ist lebenswichtig, damit er vom Blut eben stabil bleibt. Kortisol nimmt zu, das ist ein fieses Stresshormon, was dann letztlich ein Zellgift darstellt. Der Blutdruck, hatte ich schon gesagt, der geht nach oben und das Immunsystem wird nach unten, also wird schwach. Dann Verdauungsbeschwerden jeder Art, also Obsidipation, Verstopfung, diese ganzen chronischen Darmentzündungen, Morus Crohn, Colitis ulcerosa und so weiter, Reizdarm. Schmerzen im Bindegewebe, die können richtig unerträglich werden. Migräne ist auch nicht witzig. Karies, das ist, ja, oder sogar Unfruchtbarkeit. Also das Thema Fruchtbarkeit bei europäischen Männern ist ein ganz großes in Europa. Hängt natürlich auch mit den Pestiziden zusammen, weil die Östrogen ähnlich im Körper interpretiert werden. Faltenbildung geht nach oben, also wer, ja, der sollte sich, wer keine Falten oder nicht so viele haben will, ich habe ja auch schon welche, sollte sich um eine basenbedrohende Lebensweise bemühen. Eiltungsprozesse werden immens beschleunigt. Bandschein-Probleme, weil eben der Körper eben aus dem Bandschein auch die Mineralstoffe löst. Ja, Haarausfall, Haare werden brüchig und stumpf. Das sind nur ein paar, ja, Krankheiten, wohin das Ganze dann führt, also nicht witzig. Und wir wollen ja alle alt werden, aber ich möchte in guter Verfassung alt werden. Ich möchte nicht im Altersheim landen. Ich möchte nicht 15 Jahre diabetischen Fuß haben, Demenz haben, Alzheimer haben, all so etwas, da kann ich gern drauf verzichten. Ich möchte meine To-Do-Liste weiter abarbeiten können. Ich möchte immer neue Projekte mir ausdenken und die auch verfolgen. Und das ist für mich Lebensqualität und alles andere. Ja, was soll ich denn, ein höheres Lebensalter, wenn ich da nur noch vergreise, dahin sieche, von Menschen getütelt werden muss. Tja, also das ist für mich keine, das ist nicht erschrebenswert. Also mir ist es relativ egal, ob ich 80, 90, 100 Jahre alt werde. Ich habe ganz gute Gene. Mein Vater wurde 104, ist ja letztes Jahr gestorben, mein Ober sogar 105. Aber Gene sind nur für 25 Prozent unserer Lebenserwartung zuständig und der Rest ist Lebenswandel. Gesundheit, Henry Ford hat mal gesagt, Gesundheit gibt es nicht im Handel. Sie wird erkämpft durch Lebenswandel. Also ja, dass wir uns nicht auf unseren tollen Genen ausruhen. Also ich hätte ja da Anlass für. Aber da bin ich längst noch nicht mit auf der sicheren Seite. Ja, toll gesagt. Und wenn du die ersten Anzeichen jetzt schon spürst, ist es ja nicht zu spät, immer damit anzufangen. Du hast da von Barbaras Story gehört, wie schnell man eben auch wieder auf die gute Seite kommen kann. Aber wenn man eben jetzt nicht anfängt, dann kann es ganz schnell gehen, dass natürlich eben auch einer dieser schwierigen oder schwerwiegenden Folgen dazu kommt. Jetzt lass uns doch mal auf die Lösungsseite gehen. Und es gibt ja schon einige positive Dinge, die ich tun kann, um diesem Säureüberschuss entgegenzuwirken. Zum Thema Ernährung kommen wir gegen Ende dieses Podcasts nochmal dazu. Wir fangen mal an mit den Themen Sport, Sauna, guter Schlaf und dann eben auch Massagen. Eine tolle Massagetechnologie blenden wir dann eben auch hier mit ein. Vielleicht magst du uns mal sagen, basische Bäder sind ja auch so ein Teil. Was genau und welchen großen oder kleinen Einfluss haben diese einzelnen Teile auf, dann dass ich wieder in ein gutes Verhältnis komme? Ja, man kann das vielleicht nicht so quantifizieren, aber man merkt es ja, wenn man so ein Basenbad genossen hat. Möglichst bleibt man da eine Stunde lang drin, damit durch die Osmose wirklich die Mineralstoffe in den Körper wandern können. Da kann man auch einen hochkonzentrierten Brennnessetee ins Badewasser kippen. Also das muss überhaupt gar nichts kosten. Oder Löwenzahn, also überhaupt irgendwelche Wildkräuter. Ja, und das, man merkt es auch an der Laune, dass man also plötzlich natürlich sowieso besser schlafen kann, aber auch wieder gut gelaunt ist. Also diese Basenbäder sind sehr, sehr zu empfehlen. Und wie gesagt, brauchen gar nicht teuer sein. Entweder selbstfabriziert oder, ja, dass man da ein bisschen preisbewusst ist. Dann ist überhaupt Entspannung angesagt, nämlich Meditation. Dadurch kann unser ganzes System runterfahren. Wir sind alle im, also, sag ich mal so, ja, Sympathikos-Tronus. Also dass wir immer ständig im Aktivitätsmodus sind und der Vagusnerv gar nicht mehr so zu seinem Recht kommt. Und es ist so, wenn wir müde sind, viele Menschen machen das so, die sind dann erschöpft oder müde. Das heißt, sie brauchen eigentlich Ruhe, aber können sich das nicht erlauben im beruflichen Alltag und trinken dann Energydrinks oder Cappuccino. Also das ist so wie einem müden Gaul die Peitsche geben, der natürlich schneller läuft, aber irgendwann mal zusammenbricht. Und das nennt man dann Burnout. Ja, ne, wab du, es geht an nichts mehr. Also das ist sehr, sehr wichtig. Unsere Phasen, wie die Japaner zum Beispiel, dass sie da dieses Power-Nipping machen, dass sie da einen Raum haben in der Firma und dann da sieht man die Bilder, wie sie da auf den Tischen liegen und Power-Nipping machen. Und ich selber vermittle ja bundesweit eben auch eine Methode zur Tiefenentspannung, nämlich das autonische Reiki. Ja, und dann ist wichtig, Azidose-Massagen, also die habe ich ja von meiner Lehren gelernt. Die sind besonders effektiv, dass man dann eben beim Fasten zum Beispiel auch gar keine Fastenkrisen erleiden muss, sondern indem die Säuren verstärkt ausgeschieden werden und dann nicht durch die Blut-Hirn-Schranke ins Gehirn diffundieren können, bleibt man dann gut gelaunt. Und wichtig ist eben Basenbehälter, sagte ich schon, auch Sauna, also Erwärmung, Spitzhütte, Sauna. Das ist so, da killen wir auch gleichzeitig Viren, weil die keine hohen Temperaturen mögen und auch sogar Krebszellen. Ja, das ist also sehr, sehr gut. Bewegung, also eben Daußdauersportarten, Krafttraining, das ist alles sehr, sehr gut, um überflüssige Säuren über den Schweiß auszuscheiden. Bei einem Saunagang oder intensiver sportlicher Betätigung, wenn man dann mit dem Schweiß einen Teelöffel einer Maus geben würde, dann würde diese Maus sterben. Solche fiesen Gifte sind im Schweiß drin. Dann finde ich aber auch noch sehr wichtig, eine sinnvolle Tätigkeit, ob nun Ehrenamt oder berufliche Tätigkeit. Wenn ich den ganzen Tag keinen Sinn in meiner Arbeit sehe, dann gibt die mir keine Freude. Und wenn ich keine Freude habe, dann bin ich auch eher abends und überhaupt sauer. Also Montagmorgen, 40 Prozent der Bundesdeutschen gehen mit unguten Gefühlen zur Arbeit. Das sind für mich 40 Prozent zu viel. Ja, und da gibt es einen tollen Spruch schon von Lao Tse. Wenn du deine Arbeit liebst, brauchst du nie mehr arbeiten. Dann bist du einfach im Flow, dann befriedigt dich deine Arbeit. Wenn du irgendeine Tätigkeit gefunden hast, wo dir das Geldliche gar nicht so wichtig ist, dann brauchst du dir über die Pekuniere, also die geltlichen Aspekte vom Unternehmen auch gar keine Gedanken machen. Und vielleicht kann ich selber aus einer Erfahrung sagen, könnte man ja mit seinen Talenten, mit seinen Gottesgaben mal gucken, ob ich mein Hobby zum Beruf mache und mich vielleicht selbstständig mache. Da gibt es keinen Chef, der einfach durch die Gegend kommandiert, wo man nicht weiß, warum und wieso man irgendwas macht, sondern man hat auch Stress, aber man hat festgestellt, dass dieser Stress, den wir als Selbstständige haben, dass der nicht krank macht. Selbst wenn ich eine 60-Stunden-Woche habe, dann wacht der nicht krank. Und es gibt Eustress und Distress und dieser Distress ist eben das Gefährliche. Du hast in deinem wundervollen Buch, liebe Barbara, das basische Prinzip, da hast du ja auch die Ernährungspyramide nach Dr. Jakobs mit drin. Und da gibt es jetzt eine sogenannte Whitelist und Blacklist von Nahrungsmitteln, die wir essen sollten. Und natürlich auch Dr. Jakobs sagt hier unten, die Basis sollte natürlich sein, grüne Säfte, Kohlensäure, armes Wasser, Gemüse, Obst und dann erst kommen natürlich dann eben auch solche Sachen wie komplexe Kohlenhydrate, Vollkorngetreide und ganz, ganz oben erst die Milchprodukte und ganz oben eigentlich eher vermieten werden, Fleisch, Wurst und so weiter. Ist es genau das, was quasi die Whitelist und die Blacklist der Ernährung eben auch darstellt? Also sind jetzt alle Fleisch- und Milchesser schlecht und übermäßig gefährdet und alle Veganer gut? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Also ich glaube, wenn ein Veganer vegan sich ernährt, aber ein totaler Stresstyp ist, eine ungute Beziehung hat und seine Arbeit nicht mag, dann kann das sein, dass der mehr mit den roten Zahlen auf seinem Säure-Basen-Konto in Kontakt kommt als jemand. Mein Vater gehörte dazu, der hat also fast jeden Tag Fleisch gegessen. Ich habe das schon erreicht, dass er weniger Fleisch isst. Der hat aber ständig gute Laune. Der war optimistisch, der hatte Hogemoa und der hat also vieles transformiert, was er da auf dem Teller gefunden hat. Das fand ich also ganz beachtlich. Das ist der kleinste gemeinsame Nenner von 100-Jährigen, ist eben keine besondere Ernährungsweise. Es gibt keinen übergewichtigen Satisch-Schonen, sondern eben Optimismus und Humor. Ja, diese Liste unterscheidet sich doch massiv von dem, was uns die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, suggerieren will, dass also Milchprodukte unbedingt nötig sind. Und wenn man weiß, aha, Dr. Brudel wurde bezahlt von der Milchindustrie, dann wundert einen ja überhaupt nichts mehr. Vitamin C sollen wir mit 60 Milligramm auskommen. Das ist gerade notwendig zur Skoputprophylaxe. Also die Basenbildner, die Whitelist sozusagen, also das, was wir uns zentnerweise reinführen, zuführen sollten, sind Kräuter, Wildkräuter und Küchenkräuter. Ich schreibe gerade über Küchenkräuter ein Buch. Dann Grassäfte, also Gerstengras ist sogar noch ein Tick besser als Weizengrassaftprodukte. Kann man auch selber anbauen, aber das ist ein bisschen mühsam. Algen jeder Art, bei Meereseigen natürlich aufpassen, wegen Jod, dass man nicht denkt, man ist ein Japaner, die seit Jahr, Jahr, Millionen sind die Essen, die 10 Prozent ihres Essen sind Meereseigen. Bieresalgen, dann hat man nämlich eine Überfunktion der Schilddrüse sich eingehandelt. Gemüse, wobei zu sagen ist, das ist leider unser Gemüse, da achtet man, wenn man selbst einen Garten hat, bitte auf alte Sorten, weil die Züchtungstile sind total daneben, auch im Biolandbau. Dann sind die Bröden ausgenau, also nur Beispiel, innerhalb von elf Jahren ist der Calciumgehalt von Brokkoli um 68 Prozent zurückgegangen und das ist noch dramatischer bei Mineralstoffen und Spurenelementen als bei Vitaminen und das ist das, was Basenbildner sind, Mineralstoffe und Spurenelemente. Trockenfrüchte, wenn es geht, eingeweicht, die sind sehr basenüberschüssig, dass man die nicht aber so umknuspert, sonst hat man seinen Blutzuckerspiegel, sonst rauf und runter. Keime, also alles, was auch nur angekeimt ist, also über Nacht eingewässert, ob das Mandel sind und so ist viel leichter verdaulich und wenn man das sprießen lässt, dann sollten die Sprossen nur so lang sein, wie das Korn oder bei Sesam wie eben die Nuss. Ja und Salate natürlich, das sind alles basenbildende Lebensmittel und was man natürlich möglichst zurückfahren sollte, Süßigkeiten, Gebäck jeder Art, Fertigprodukte, Alkohol, Weißmehlprodukte, Fleisch, Fisch und Eier. Dass wir aber nicht insgesamt so auf Eiweiß verzichten, sondern eben schon über Nüsse, Avocado, Doos und vielleicht auch Sojaprodukte. Da gibt es ja so verschiedene Möglichkeiten und dann, dass wir gerade im Alter, so ab 60, brauchen wir mehr Eiweiß als vorher und dass wir jetzt nicht nur Kohlenhydrate zu uns nehmen. Das ist also sehr, sehr wichtig, dass wir uns mit Linsen, Hülsenfrüchte, sind da sehr, sehr gesund, weil sie verträgt. Sollten wir uns unbedingt genügend Eiweiß zuführen, das wäre sonst fatal. Weil zum Beispiel Muskelmasse zum Aufbau braucht es ja auch Eiweiß für alle körperlichen Prozesse und der Körper muss da seine eigenen Aminosäuren basteln, aber wenn er kein Eiweiß kriegt, dann kann er da auch nichts machen. Du hast ja wiederum in deinem tollen Buch das basische Prinzip auch tolle Rezepte im hinteren Teil, die kann ich also nur empfehlen, da sind ja auch einige eiweißreiche Rezepte drin, Gemüsepfanne mit Quinoa sehe ich hier und hier ist ein Gemüsesalat auf Salatbäck, gebackene Süßkartoffeln mit Guacamole, also da geht ja auch schon ein bisschen was, wer also sich das einfach machen möchte und hier auch auf vordefinierte Rezepte zugreifen möchte, kann sich gerne natürlich auch dieses basische Prinzip von der lieben Barbara mal gönnen, ist ein 7-Tage-Plan, gesund, schlank und glücklich mit drin, genau das wollen wir eben auch haben und du hast ja auch schon unlängst erwähnt, wie wichtig auch die gute Laune auf ein gutes Säure-Basen-Verhältnis wirkt, also von deinem Vater hast du da ganz, ganz viel gelernt und da stellt sich mir mal die spannende Frage und die kriegst du jetzt auch exklusiv im Link hier in den Show-Notes mit, was wäre denn, liebe Barbara, wenn 90, vielleicht sogar 100 Prozent der Menschen hier in Deutschland tatsächlich nicht im Säure-Bas, also im Säure-Verhältnis überschüssig wären, sondern im basischen Verhältnis überschüssig wären, was ist deine Vermutung, wie würde die Welt aussehen? Ja, also sie wäre ein schönerer Ort, wir würden mehr dem Paradies gleichen, es gibt ja so einen Satz im Kurs in Wunder, you're never upset for the reason you think, du riechst dich nie nur darüber auf, wo du denkst, du riechst dich auf, hat eine ganze, du hast also einige, einige Frusterlebnisse auch angesammelt und plötzlich einer macht eine komische Bemerkung und er kriegt die ganze Biomülltonne über den Kopf gekippt, das ist aber nicht nur psychisch zu verstehen oder spirituell, sondern wenn wir total übersäuert sind, dann können wir nicht anders reagieren, als überfordert, negativ, sauer, wütend, gefrustet, also wir sind kein, wir sind nicht angeschlossen an die kosmische Energie, die in meinen Augen Freude und Glückstätigkeit ist und deswegen laufen dann auch Projektionen, also was weiß ich, der Nachbar wird bekämpft und im weitesten Sinne entstehen Kriege, ja und wenn wir alle von der physiologischen Ebene hier im Säurebasen-Leichtgewicht wehren, dann wären wir seelisch ausgeglichen und dann würden wir andere in ihrer Andersartigkeit wertschätzen, wir würden mehr ins kosmische Bewusstsein wachsen, Eckart Tolle sagt, das ist also nicht von mir, dass alle unsere Probleme darin beruhen, dass wir in der Illusion der Trennung gefangen sind und deswegen müssen wir mal ganz schleunig, sonst ist hier Ende Gelände mit unserem Gastspiel auf der Erde, müssen wir ganz schleunig alle mal in dieses kosmische oder Einheitsbewusstsein kommen, das sagt uns ja auch die neue Physik, dass wir alle eins sind, aber wer das nicht erlebt, für den ist das abstrakt, also der ist dann als Einzelkämpfer in seinem ganzen Leben unterwegs und dem ist es egal, ob 35.000 Kinder jeden Tag verhungern, der ist eben nicht in diesem Einheitsbewusstsein und da möchte ich auch gerade die Gesundheit und die spirituelle Szene mal einladen, also die spirituelle Szene sich mal ein bisschen Basen überschüssig zu ernähren und nicht zu denken, nur Meditation reicht und die Gesundheitsszene, ja Alleinerleuchtung wird das auch nichts werden, sondern wenn, sagen die Buddhisten, wenn es irgendwo noch eine Seele gibt, die leidet, dann können wir dauerhaft nicht wirklich glücklich sein und diese Mega-Reichen, die sind ja Verdrängungskünstler, Weltmeister, also dass die das Elend der Welt einfach so ausblenden, dabei könnten die ja über Nacht den Hunger auf der Welt beenden, dazu wäre schon der Vatikan alleine in der Lage, aber ja, anscheinend ist das Interesse nicht da, beziehungsweise das Bewusstsein ist nicht da und das ist also diese ganze Säure-Basen-Thematik hat auch eine spirituelle sozusagen Komponente und in meinen Augen alle unsere Probleme brauchen eine spirituelle Lösung und wenn wir aber ganz fett im Säure-Basen-Gleichgewicht sind, dann kommen wir da nicht hin, dann gibt es nur immer wieder Kriege, kann nicht wahr sein, dass wir im Kind in der Kita und dann, ich habe einen Enkel, der ist vier, wir, die sagen, nein, du darfst dich nicht mit jemandem kloppen, du musst das verbal austragen, du musst also mit dem argumentieren, dann kriegt der mit, aha, im Moment laufen gerade ungefähr 35 Kriegerischen aus den Andersisten auf der ganzen Welt, das heißt also, wer das meiste Geld hat, die tollsten Waffen, jetzt mit Drohnen und so weiter, der macht den anderen platt, das ist ja nicht normal, also Eckart Tolle nennt das den kollektiven Wahnsinn und wir sind alle verrückt, bloß weil wir alle verrückt sind, merkt das keiner, und wir müssen jetzt endlich mal zu einer geistigen Gesundheit kommen, sonst ist es mit unserem Gastspiel auf diesem Planeten nämlich Ende Gelände, wir haben mittlerweile so viele ABC-Waffen, dass wir mehrfach das hochentwickelte Leben auf diesem Planeten, also Bärchentiere werden uns überleben und Ratten und Kaninchen, aber wir selber haben dann keine Chance mehr und es gibt ja diesen wunderschönen Witz, mein Vater hat ihm erzählt, treffen sich Erde und Venus und die Erde sagt zu Venus, ja, ich habe gerade eine Infektion, ich habe gerade eine Krankheit Homo sapiens und er sagt die Venus richtig nicht auf, das ist eine vorübergehende Krankheit und wenn es nicht so sein sollte, müssen wir auch auf der physiologischen Ebene mal uns um Gesundheit im weitesten Sinne bemühen und wahre Gesundheit heißt, wahre Heilung heißt eigentlich Erleuchtung. Ja toll, damit würde ich das fast schon beenden, wenn nicht noch die letzte Frage wäre und natürlich dann eben auch deine Massage zum Beispiel, könnte das auch einer deiner Top 3 Tipps sein, wie du jetzt relativ schnell auch aus der Acidose rauskommst, also was sind aus deiner wirklich langjährigen Erfahrung deine wirklichen Top 3 Tipps jetzt schnell ins Handeln zu kommen, die du unseren Zuschauerinnen und Zuschauern auf jeden Fall noch mitgeben wollen würdest? Ja, als was ganz Einfaches könnte man ja eben beim Essen anfangen und einfach das mal gut kauen und besinnlich essen. Das wäre vielleicht die billigste Art, weil man dann zum Beispiel auch weniger Essen braucht. Ja, Bewegung, also unsere Vorfahren waren bewegungsnaturelle, sonst hätten wir das Ganze nicht überlebt. Und wer sich nicht bewegt, da ist der Stoffwechsel ja erlarmt und wenn der Stoffwechsel erlarmt, dann kann man sich ja auch nicht, dann kann man ja keine Säuren ausschalten. Das ist also auch das A und O. Ja, und dann wie gesagt, so eine Massage, was ich ja schon sagte, dass wir als, das ist eins der ältesten Heilmethoden der Menschheit, Massagen neben Fasten. Ja, und das könnte man ja auch ganz schnell mal in die Tat umsetzen. Oder eben abends zum Beispiel dran denken, der Darm geht mit den Hühner schlafen, dass ich zwar abends was essen kann, aber ja nicht erst um 22 Uhr. Und dann, wenn ich Breakfast heißt Break the Fast, also wenn ich dann abends um sieben die letzte Mahlzeit hatte und dann morgens um neun erst Frühstücke, dann habe ich ja schon Intervallfasten gemacht. Ohne, dass mir das unbedingt bewusst ist. Wenn ich aber nachts aufstehe und den Heimkühlschrank leer räume, ist das natürlich nicht gerade gut. Also zur richtigen Zeit essen, besinnlich essen, Bewegung und ja, Massage oder Entspannung, also sowas unbedingt. Also die guten Heilmethoden, die eigentlich schon jeder kennt, sind auch hier angesagt. Kümmer dich drum, mach die. Und im exklusiven Membership-Bereich siehst du jetzt auch nochmal die Vollversion der Massage, die wir jetzt noch mit der Barbara aufnehmen und die du zu Hause selber machen kannst, inklusive einem, ich glaube sogar so Wickel, der dann die Haut noch mehr dazu bewegt, zu entgiften, denn die Haut ist unsere größte Entgiftungsorgan. Das haut unsere liebe Barbara jetzt nochmal raus. Ich sehe schon, du willst noch was sagen, du kommst gleich dazu, auf jeden Fall. Ansonsten, ich mache dann hier Schluss. Das letzte Wort gebührt ihr. Bitte schau dir ihre wunderbaren Bücher an. Sie hat nicht nur Bücher zur Acidose geschrieben, sie hat hier Bücher zu Massagen, zu den 5-Tipedern geschrieben und natürlich ganz Weltklasse ihre Bücher zu allen Heilkräutern, allen voran die Brennnessel, der Löwenzahl und viele, viele mehr. Und du hörst noch lange nicht auf mit den Bücherschreiben. Du gibst auch Reiki-Seminare, also auch da gerne mal auf die Homepage schauen, die sie hier im Netz hat. In diesem Sinne sage ich schon mal, stay healthy, stay vegan, eat your broccoli, denn der ist auch ein Basenbild. Und ich bin gespannt, was du jetzt noch hier rausbringst, liebe Barbara. Ja, ich habe mir noch ein paar Zitate über Körper, Geist und Seele, dass wir da eine Einheit sind, rausgesucht von richtigen Geistesgrößen. Buddha, fange ich mal mit an. Den Körper bei guter Gesundheit zu erhalten, ist eine Pflicht. Sonst sind wir nicht fähig, den Geist fest und klar zu halten. Das war Buddha. Friedrich von Schiller, auch eine unserer Geistesgrößen, sorgt für eure Gesundheit. Ohne die kann man nicht gut sein. Wer also nicht gesund ist, der denkt erstmal an sich und dann von unserem Dichter Fürst Goethe sogar gedichtet. Was nützt mir der Erde Geld? Kein kranker Mensch genießt die Welt. Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gefallen. Um ja nicht die neuesten News und Trends rund um Gesundheit, vegane Ernährung und Fitness zu verpassen, schalte jeden Donnerstag und Sonntag ein. Es warten spannende Solo-Episoden und Interviews auf dich. Abonniere uns auch auf iTunes, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast oder einem anderen Anbieter deiner Wahl und lass gerne eine Bewertung da. Die zugehörigen Links findest du in den Show Notes. Teile den Podcast auch gerne mit deinen Liebsten, damit auch sie zukünftig ihrer Gesundheit wieder mehr Beachtung schenken. Vielen lieben Dank und einen wunderschönen Tag wünscht dir das ganze Vegan Athletes und Mr. Broccoli Team. Aber Achtung, als kleiner Reminder, die Inhalte dienen lediglich rein informativen Zwecken und ersetzen keinen Arztbesuch. Solltest du körperliche Leiden haben oder an einer ernsten Krankheit leiden, wende dich bitte immer an einen Arzt.